Genauso wie Panoramen kannst du auch HDR-Verrechnungen ganz einfach aus der Bitch veranlassen und dazu markierst du dir auch wieder deine Bilder, gehst auf Werkzeuge, Photoshop und hast dann hier zu HDR Pro hinzufügen. Das ist quasi die HDR-Verrechnung von Photoshop und am Ende landest du dann auch in Photoshop und kannst dein Bild dann weiterverarbeiten.